Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der George und wir haben gestern dieses Bild gepostet. Also der Christoph hat dieses Bild gepostet. Ich habe es gemacht. Und viele von euch haben gefragt, wie dieser Look entstanden ist. Und bevor ich jetzt ein Tutorial mache, habe ich mir gedacht, ich mache euch mal ein ganz schnelles Video und gehe mit euch die PSD-Datei durch, weil das ist eigentlich auch immer ganz interessant zu sehen, was ich da gemacht habe und warum oder weshalb. So, jetzt gehen wir erstmal, deaktivieren wir alle Ebenen. So, jetzt seht ihr das Ausgangsmaterial. Quasi so ist es aus der Kamera rausgekommen, also aus dem RAW-Converter quasi. Da habe ich nur die Tiefen und Lichter ein bisschen hoch und runter gezogen. Das war es eigentlich schon, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich die verschiedenen Fotos einmaskiert. Ihr habt ja auf dem anderen Video gesehen, wie das Prinzip war von der Fotografie. Einfach die Kamera auf dem Stativ, ihn irgendwo hinstellen und dann immer abdrücken. Und ja, das ist jetzt einfach mal so das Ausgangsmaterial, würde ich sagen. Hier ist noch eine kleine Anpassung am Stuhl gewesen. Da habe ich noch die ganzen kleinen Maschen ausmaskiert, damit man sein Bein auch dahinter sieht. Ja, und dann habe ich angefangen mit Dodge & Burn. Da sieht man eigentlich schon, dass da ziemlich viel vom Look schon generiert wird, wenn man einfach Lichter und Schatten malt. Dazu, das macht man einfach auf einer grauen Ebene mit dem Abwedler und Nachbelichter. Und es ist eigentlich ganz einfach. Da, wo es hell ist, aufhellen. Da, wo dunkel ist, abdunkeln. Ihr seht das ja hier. Hier ist eigentlich dunkel und hier wird es heller. Hier ist es wieder dunkler. Und auch mit diesen ganzen Falten auf den T-Shirts seht ihr, dass man eigentlich nur den Helligkeitsinformationen im Bild nachgehen muss. Und dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Einfach in Anführungsstrichen. Dodge & Burn bedarf ein bisschen Übung. Gerade, wenn man damit anfangen will zu retuschieren. Aber einfach hier, um die Konturen und Kanten zu betonen, geht es eigentlich relativ fix. Dann habe ich hier einen kleinen Color Look Up drüber gelegt. Den gucken wir uns jetzt mal an. Das ist ein Color Look Up im Soft Warming Look. Der ist auch standardmäßig halt beim Photoshop CC dabei. Und den mit 70% Deckkraft. Dann haben wir hier noch Kurven. Also habe ich hier Kurven angelegt, wo ich einfach die Tiefen ein bisschen hochgezogen habe. Und das gibt so einen matten Look. Also ihr seht es hier in den Tiefen. Die sind dann nicht mehr so kontrastreich, sondern die werden eher so ein bisschen matt. Dann habe ich noch einen Flair von Krolop & Gerst. Die haben mal so ein Flair-Paket rausgebracht. Eingefügt aber wirklich, der ist auch nur zu 20% drin. Also wenn ihr den mal voll seht, das wäre ein bisschen too much. Hat auch was, aber ist ein bisschen too much. Deswegen habe ich den so auf 20% gehabt. Und dann eine Verlaufsfüllung angelegt, womit ich so ein bisschen einen Bildlook gegeben habe. Das ist einfach eine Verlaufsfüllung mit, wenn ich jetzt war, wo kann ich hier drauf? Genau, da sieht man, welchen Verlauf ich hier gewählt habe. Einfach den Standardverlauf. Blau, Violett, Gelb, Orange. Und den einfach ein bisschen größer skaliert, dass er ein bisschen weitläufiger ist und der auch nur mit 40, 50% angewendet. Und final habe ich alle Ebenen nach oben zusammengefasst. Das geht mit Command-Alt-Shift-E. Dann werden alle, das dauert gerade ein bisschen. Ups, das war der falsche. Jetzt nochmal zurück, Command-Z. Also Command-Alt-Shift-E. Da habe ich wahrscheinlich das Shift nicht richtig erwischt. So, genau. Dann werden alle unten und aktiven Ebenen zusammengefasst. Und hier ist ja unser finaler Look. Und den habe ich eigentlich nur mit dem RAW-Converter nochmal gemacht. Das heißt, ich gehe in den RAW-Filter und habe hier einfach nochmal die Lichter runtergezogen, die Tiefen aufgehellt und ein bisschen Klarheit hinzugefügt. Und dann war es das eigentlich auch schon. Und so ist dieser malerische Look entstanden. Das Hauptgeheimnis ist natürlich das Dutch & Burn und die doppelte, in Anführungsstrichen, doppelte RAW-Konvertierung. Das heißt, ich habe ja schon das ganze Ausgangsmaterial. Das war in RAW-Converter schon Lichter runter, Tiefen hoch. Und das jetzt nochmal zu machen, ist quasi das Doppelte. Also es ist nochmal gemacht. Und dann kriegt ihr diesen malerischen Look. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen und würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder ein Kommentar. Und ich sage mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.